Innen drin oder vorn? Einfach innen drin. Nein, neben dran. Das ist mit dem schönen Garten. Du meinst schon einen schönen Parkplatz? So. Schau, da ist Zamba. Sie müssen immer in der Nerven bleiben. Aber geht auch nicht auf sie und sie wartet. Komm, dann rein. Geht's noch? Immer nach hinten. So. Damit das alles schön aussieht. Wollst du Zamba haben? Komm da hinten. Jetzt wieder zurück. Wolltest du alles? Ja, möchte ich. Dann komm ich da. Hallo, der Teil. Komm, Emiliana. Komm, Emiliana. Hier konzentrieren. Jetzt zu mir, beide. Komm, Emiliana, schnell. Jetzt einmal langsam in den Preis umdrehen. Langsam. Ja, in den Preis umdrehen. Ich will jetzt drümmeln. Erst jetzt, in dem Tempo wird die drümmeln. So, gut. Mirna. Ja. 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 Ja.